assalamu alaikum und hallo auf diesem kanal heute haben wir die medizin aussortiert hier befindet sich die ganze medizin von uns die sieht echt chaotisch aus und wir haben da lange nicht mehr reingeschaut was wir überhaupt haben und was wir doppelt und dreifach haben wir haben die jetzt aussortiert und wir haben erstmal alle rausgeholt und geschaut was wir halt doppelt oder dreifach haben welche medizin schon abgelaufen ist manchmal hat man ja angebrauchte sachen die schon länger nicht gebraucht worden sind und die ausgesortiert werden müssen ja dann habe ich die leer gemacht die schubladen und das der ganze haufen hier haben wir noch ein medizinschrank da ist auch noch etwas drin ja da habe ich dann auch das alles aussortiert ja und hier sind die ganze medikamente und dann schaue ich halt was schon alles offen war und sortiert das nebenbei aus bei den medikamenten gucke ich auch ob meine kinder diese medikamenten nehmen manchmal schmeckt ihnen diese säfte nicht beispiel für hustensaft oder so oder ich schaue hier auf das datum ob das noch haltbar ist ja und wie gesagt diese flaschen die sind ja schon offen gewesen und ich weiß nicht mal genau wann ich das verwendet habe da steht ja meistens sechs monate haltbar nach dem öffnen und ja da wir das nicht so oft benutzen habe ich die dann auch jetzt aussortiert weil ich mir da nicht so sicher war ob das noch haltbar war oder nicht diese seite hier die habe ich aussortiert ja und diese seite hier behalte ich da habe ich jetzt ein nasenspray für erwachsene und für kinder halt und fieber zäpfchen durchfall also irgendwas für durchfall so tabletten und ja hustensaft und ja ivo ist ja kopfschmerzt tabletten für leichte schmerzen und stärke schmerzen diese reni gehört mein mann er hat ja dass oft diese sodbrennen und so ein band ich weiß nicht glaube ich für muskeln oder so das hat mein mann auch genommen für sich jetzt räume ich das ein und gleich zeige ich euch wie das aussieht ich habe mich doch entschieden diese hustensaft wegzumachen weil ich ja hier schon zwei hustensafte hatte und ja so sieht das aus auf jeden fall besser als drei verschiedene plätze zu haben wo die medikamente sind so sieht es übersichtlicher aus und ja so sieht es aus und die schubladen sind leer geblieben inshallah hat euch das video gefallen lasst ein lecker und salam aleikum